So, hallo Leute, hier ist eure Alicia. Ja, ich mache heute ein Video über die verschiedenen Pferderassen und deren Endstats. Ich habe ja insgesamt fünf Pferde und einen Pony. Alle sind Level 15, außer mein Pony. Das wird ja auf ewig Level 1 sein, weil ich das einfach so möchte. Und wir haben links einmal einen Tinker, dann eine Friese, dann ein Andalusia, ein Turbiano und ein Jorwegisches Warmblut oder auch als Anfangspferd bekannt. Und ja, ich möchte jetzt gerne kurz mit euch darüber sprechen, welche Endwerte diese Pferde dann später haben mit Level 15 und was ich euch empfehlen kann, meiner Meinung nach, für zum Beispiel Championate. Ja, fangen wir mit dem Tinker an. Der Tinker hat mit Level 15 eine Stärke von 21, eine Disziplin von 19, eine Geschwindigkeit von 17, eine Ausdauer von 17 und eine Agilität von 18. Beim Tinker ist zu bemerken, er ist grundsätzlich, liegt er im totalen Normalbereich, wie jedes andere Pferd, auch mit Level 15. Außer, dass er bei der Stärke einen Punkt mehr hat als alle anderen Pferderassen, die ich jetzt zum Beispiel habe. Es gibt natürlich noch mehr Pferderassen, da kann ich euch das jetzt nicht sagen, aber von meinen fünf Pferden hat er halt mit Level 15 die stärkste Stärke. Dafür hat er aber auch in der Agilität einen Punkt weniger als alle anderen Pferde. Kommen wir zum Friesen. Der Friese ist mit dem Andalusier ganz gleich, also die haben beide den gleichen Wert, deswegen lese ich das auch nur einmal vor. Der Friese und der Andalusier haben eine Stärke von 20, eine Disziplin von 19, eine Geschwindigkeit von 17, eine Ausdauer von 17 und eine Agilität von 19. Der Friese und der Andalusier ist halt so ein Mittelding zwischen Tinker und alles andere, so wie Tobiano oder so, oder wie ein Apollosa. Und sind halt in der Stärke ein bisschen schwächer um einen Punkt wie der Tinker, haben dafür aber einen Punkt in der Agilität höher. Und ja, haben auch die maximale Geschwindigkeit und Ausdauer, was ein Pferd erreichen kann in SSO, also die Geschwindigkeit und Ausdauer ist bei allen Pferdenrassen gleich. Ähm, was ist noch zu sagen? Äh, ja, eigentlich nicht viel gerade. Ich sag euch nachher mal ein Fazit für die Championate. Dann kommt Big Brother. Big Brother ist ja ein Tobiano. Und er hat eine Stärke von 19, Disziplin von 19, eine Geschwindigkeit von 17, eine Ausdauer von 17 und eine Agilität von 19. Also hat einen Punkt weniger in der Stärke. Ist mit der Disziplin, der Geschwindigkeit und der Ausdauer gleich, wie der Tinker, der Friese oder der Andalusier. Hat dafür aber wieder einen Agilitätspunkt mehr. Ähm, genauso wie der Andalusier und der Friese halt. Und, äh, ja, dann haben wir noch das Jorvik'sche Warmblut. Das ist das schwächste Pferd von allen. Das sind halt die Anfangspferde. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es von SSO vielleicht mal verbessern, also deren Stats. Aber die haben halt eine Stärke von 17, eine Disziplin von 17, eine Geschwindigkeit von 17, eine Ausdauer von 17 und eine Agilität von 17. Also deutlich schwächer wie alle anderen Pferde, abgesehen von der Geschwindigkeit und der Ausdauer her. Ja. Und, äh, ja, mein Fazit ist jetzt, wenn ihr Championade reitet, solltet ihr euch halt überlegen, was euch selber wichtig ist. Wenn ihr sagt lieber, hm, ich stolper öfters mal zwischendurch über ein Hindernis und meinem Pferd soll das nicht so viel ausmachen, wenn es dann über ein Hindernis stolpert, sondern dann schnell weiterreiten können, dann ist natürlich ein Pferd mit viel Stärke oder mehr Stärke, ähm, sehr gut. Das heißt, zum Beispiel wäre dann für euch der Tinker sehr gut. Der kommt dann wieder zügig, ähm, zügig wieder in die Gänge. Ähm, er ist natürlich nicht, ähm, so wendig dann wie die Andalusia oder der Friese oder der Tobiano oder wie ein Apollosa oder so. Ähm, ist trotzdem ein schönes Pferd zum Reiten. Ist halt so eine Geschmackssache, weil jede Rasse lässt sich ja auch schon... Ich finde auch der Körperbau, ja, irgendwie ist das schon anders, wenn man mit denen springt, dass der Körperbau schon viel ausmacht. Von der Höhe und so weiter. Vielleicht ist das auch nur Einbildung, aber ich finde, wenn ich jedes Pferd reite, ist es jedes Mal wieder was anderes. Ja, der Friese und der Andalusia ist für mich eigentlich so ein Allrounder, sag ich mal. Er hat eine verdammt gute Stärke, aber wenn er irgendwo hängen bleibt, geht er trotzdem schnell wieder auf Trab. Ähm, er hört, so wie alle anderen Pferde, gut. Die Geschwindigkeit ist gleich, die Ausdauer ist gleich. Aber sie haben eine etwas höhere Agilität halt, also um einen Punkt. Das heißt, ähm, wenn ihr sagt, naja, wenn ich mal hin und streife, soll er trotzdem schnell in die Gänge kommen. Aber bei mir ist auch die Agilität sehr wichtig, auch wenn es nur ein Punkt ist. Ja, aber ein Punkt macht manchmal viel aus, ne. Wenn ihr überlegt mit der Geschwindigkeitsrüstung zum Beispiel, wenn ihr ein richtiges Rennoutfit habt, das macht eine Menge aus, ob ihr ein oder zwei Punkte mehr in Geschwindigkeit und Reiten habt oder weniger. Das gleiche ist natürlich auch bei der Agilität. Ihr kommt dann besser um die Kurven und die Hindernisse oder könnt vielleicht doch eine andere Abkürzung nehmen, aber auch nur mit dem Pferd, was mehr Agilität hat oder so, ne. Also so ein Frise und Analusia ist halt für mich so ein Allrounder. Man muss halt mit deren Springenweise gut klarkommen und wie sie generell laufen, finde ich. Sie sind aber eigentlich von den Stats her so das Mittelding und von den Stats her eigentlich das Beste. Gut, kommen wir zum Tobiano. Der Tobiano, ja, hat weniger Stärke als der Tinker, der Frise und der Analusia. Ist sonst gleich, außer mit der Agilität. Da ist er wie der Analusia und der Frise wieder gleich. Ich reite gerne mit Big Brother, weil ich sage, wenn ich eh mal hängen bleibe am Hindernis, ist für mich das Rennen meistens eh gelaufen. Deswegen achte ich nicht so auf die Stärke. Aber mir ist halt die Agilität sehr wichtig und ich finde die Pferderasse sehr vom Körperbau sehr schön zum Reiten, vom Springen her und so weiter. Und deswegen reite ich sehr gerne mit Big Brother Champinat. Für mich ist er zwar eigentlich schlechter, so zu sagen, wie der Frise und der Analusia, aber ich finde ihn trotzdem schöner zum Lenken. Und deswegen benutze ich ihn sehr, sehr gerne. Ja, und das Jorvik'sche Warmblut ist natürlich nicht zu empfehlen. Unbedingt. Ja, weil er hat natürlich jetzt, wenn man sagt, na, Stärke brauche ich jetzt nicht, Disziplin, dass das Pferd nicht so schnell auf mich hört, ist schon wichtig, dass das Pferd eigentlich schnell auf einen reagiert. Weil umso weniger Disziplin das Pferd hat, umso weniger schnell läuft es ja auch an. Das hat ja auch was mit dem Befehl zu tun natürlich. Ähm, und Agilität hat es auch. Zwei Punkte weniger. Ähm, also ist eher so das schlechteste Pferd überhaupt, was man für ein Champinat nehmen kann. Ist leider so. Äh, vielleicht enden sie es ja noch von SSO. Ja, also nochmal Fazit ganz schnell. Frise und Analusia ist der Allrounder, wenn euch lieber Stärke wichtiger ist und ihr sagt, mein Pferd soll da nicht so ein Drama rausmachen. Wenn ich doch mal ein Hindernis reiße, solltet ihr vielleicht den Tinker nehmen. Und wenn ihr sagt, ich komme mit dem Friesen und den Analusia nicht so klar, ich nehme lieber so einen Tuiviano oder einen Apollosa oder ein dänisches Warmblut oder so, dann empfehle ich euch so ein Pferd. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat oder euch helfen könnte, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei den Champinaten. Eure Alicia. 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 Eure Alicia.